Unvergessliche Sommernächte gibt es im Open-Air-Kino, Kino Mond und Sterne im Westpakt zu erleben und das schon seit 1995 immer über die Sommermonate. Es ist hier quasi eine Auszeit, die du hast vom Alltag. Du darfst Essen und Trinken mitbringen, du kannst hier Picknick machen, wenn du aber spontan kommst. Wir haben Essenshütten, es gibt asiatisch und türkisch, wir haben die süße Hütte mit den ganzen Kinoklassikern, wir haben eine Aperol-Bar, wir haben die Giesinger Bar. Das heißt, du bist immer versorgt, du kannst dir Decken ausleihen, du kannst dir Sitzkissen ausleihen. Also für Spontane, sowie auch für Leute, die geplant zu uns kommen wollen, ist für alle was dabei. Unter freiem Sternenhimmel fühlt man sich hier wie Zuhause. In der Arena haben 1200 Menschen Platz. Von Juni bis September werden 250 Filme gezeigt und da ist für jeden etwas dabei. Wir haben für die Outdoor-Fans, wir haben aber auch für die Kunst-Fans, für die Blockbuster-Liebhaber, wir haben für jeden was dabei, auch in Originalton und in Untertitel und genau, wir haben alles dabei, wir haben Kurzfilme dabei, wir haben bayerische Klassiker dabei, wir haben generell Klassiker dabei, sowas wie Mama Mia oder wie die Rocky Horror Picture Show. Die Stadtsparkasse München ist jahrelanger Partner von Kinomond und Sterne. Das Motto des Freizeitspektakels Kino für jedermann. Jeder soll sich Kino leisten können. Das schaffen wir tatsächlich durch unsere Partner, die wir seit vielen Jahren haben, unter anderem die Stadtsparkasse München, genauso wie aber auch jetzt Giesinger Bräu dieses Jahr mit dabei und viele andere Partner und genau so schaffen wir es unsere Eintrittspreise, aber auch die Getränke- und Essenspreise super moderat zu halten. Ein Highlight von Kinomond und Sterne ist die Filmnacht der Stadtsparkasse München am 9. August mit einer ganz besonderen Preview. Es ist eine Preview vor der Premiere. Es ist Reragout Rendezvous. Ihr seht den Film, bevor alle anderen es im Kino sehen können. Ein bayerischer Film aus der Reihe von Rita Falk. Also die meisten Leute, die die Filme kennen, die werden sie, also die lieben die Filme und die schauen sie sich immer wieder gerne an und wir haben dieses Jahr die große Ehre und das große Glück, dass wir Reragout Rendezvous als Preview hier haben. Es gibt sogar ein Gewinnspiel über die Stadtsparkasse, da gibt es zehn Eintrittstickets zu gewinnen. Das heißt, da mitmachen lohnt sich, weil es wird ein schönes, großes Event bei uns. Die Stadtsparkasse ist auch da, die haben einen Stand hier für Informationen, für einfach einen netten Plausch. Kinomond und Sterne, die gemütlichste Freiluft-Arena Münchens, noch bis zum 9. September im Westpark.